Michaela Schäfer zeigte auf dem Laufsteg von Otto macht Mode 2018 in der Landesvertretung von Sachsen-Anhalt aufregende Kreationen der Designerin Carolin Goldmann mit ihrem Label Lady Caroling. Musik Eine Spezialität der renommierten Designerin aus Magdeburg sind die verwandelbaren Kleider. Aus lang macht kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Label Carolin zeigt besonders beeindruckend, dass schöne Mode nicht nur aus unserer Hauptstadt, sondern sehr wohl auch aus Magdeburg kommen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020